Der Piston Bulli 600 stellt einen weiteren Meilenstein von Käsbohrer dar. Das von Grund auf neu konzipierte Fahrzeug war das leistungsstärkste am Markt. Mit der 4,5 Tonnen Winde hat das Fahrzeug die höchste Zugkraftunterstützung für eine perfekte Steilhangpräparierung. Der Piston Bulli 600 ist ausgestattet mit satter Schubkraft, einer starken Hydraulik und einem drehmomentstarken Motor. Große Schneemengen sind für den Piston Bulli 600 kein Problem. Durch optimale Lenk- und Fahreigenschaften ist das Handling dieses Fahrzeugs ein Kinderspiel. Um den verschärften Abgasemissionsvorschriften gerecht zu werden, wurde das Fahrzeug regelmäßig weiterentwickelt und gleichzeitig die Leistung auf ein bisher nie erreichtes Niveau angehoben. 510 PS erreicht die stärkste Pistenraupe. Der Piston Bulli 600 – das Premiumfahrzeug für die perfekte Piste.